Ein Spiel noch, dann passt das. Dann müsste ich den Tag Premium wieder drin haben. Ich kranker Spieler und dann ist es gut. Ja, so viel wie geht Premium rausholen, ne? Auch mit den Aufträgen davon wegen 60 Kills machen, bla bla bla. So viel wie geht Premium-Spielzeit rausholen. Ja gut, damit kann man ja auch. Sieben Tage sind ja geschenkt. Wenn du dir alle Panzer kaufen musst, mit dem ganzen Scheiß verkaufen von dem Gedönse, ist sie ja bei Credits mäßig bis minus Null. Richtig. Eher noch im Plus, weil du fährst ja bei den Runden auch noch bis ein. Ist dann eine Woche Premium geschenkt. Ist halt nur die Sache, ob dir der Stress vom Panzer kaufen wert ist und ob du die auch extra erforscht hast, ne? Nein, Alter, stirb da mit deiner Biene. Also wenn du sie noch nicht erforscht hast... Ich sag mal, bis das sind glaube ich... Was sind das? Das sind alles T5. Alles T5, ja. Dahin zu kommen, das ist vielleicht ne Stunde. Dann bis bei T5. Was sind die Kugel, eins oder zwei Linien. Null, einen oder zwei Linien. Dich, ich war nicht. Der T5, was sich ja so schnell erforscht. Dann ist ja... Wenn du sie noch nicht erforscht hast, wenn du sie noch nicht hast, mal eine Linie und... ich sag mal, von den drei Linien... Eine oder zwei Linien hat eigentlich fast jeder. Aber was der T-54 jetzt gemacht hat, will ich gar nicht wissen. Aber das war ein Bot oder so. 100 Pro. Nur KV-4 weg da. Selbst wenn du dir für die Aufträge den ganzen Panzer noch mal kaufst und das ist ja auch noch für das Werkraum. Also unter dem Strich wirst du das machen, plus dann noch mal die 7 Tage Premium. Und das sind ja nur 20 Kills, also das ist ja in den Panzern eigentlich nicht so die allerschwerste Aufgabe. Was war das im Moment? T-49, BDR. Und was war der dritte? Hm, ja, der andere, keine Ahnung. Ich glaube M4. Stimmt, ja, guck mal. Der ist kleine Sherman mit Dolgan, der macht da jedes Match 2-3 Kills. Aber ist ja jetzt eh nicht mehr. Also, beziehungsweise doch bis morgen früh noch. War das nur fürs Event? War das nicht Monatsauftrag? Nee, 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 es sind immer nur übers Wochenende. Achso. Ey, da bouncete Unterseite Wanne D-101 E-4. Oh, fuck. Das ist ein Fuchs. Nee, 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 nee. Boah, 5313P, fertig. Du musst deine Twitch-Seite noch überarbeiten, ne? Wär ich? Mit? Warum? Oder hast du die heute schon überarbeitet? Unter Allgemeines steht bei mir noch was von der Verlosung, die nicht stattfindet. Nee, hab ich schon überarbeitet, hab ich rausgenommen eigentlich. Und gespeichert. Achso, ja gut, ich hab jetzt seit Stunden nicht aktualisiert, deswegen. Ich guck gerade mal Unterseite Wollt aus Versehen. Nee, 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 hat dich rausgenommen. Aktualisieren sollte er das ja richtig dann. Eigentlich schon. Wenn nicht, muss ich Twitch erschießen. Äh, aber wie gesagt, ich hatte jetzt die ganze Zeit, wo ich geguckt hab, hab ich ja nicht aktualisiert. Oh, ich komm mal auf, mein Mann hat das am P-Ton. Ja, stimmt, ist weg. Äh. We've been spotted by the enemy. Boah, dein Payfall-Ding fehlt. Nö. Hä? Das ist oben in den ersten drei Reihen, muss halt sein. Ach, da, Spenden. Okay, ich hab nicht gesehen. Ich hab jetzt unten so einen großen, fetten Payfall-Button besiegt. Nein, 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 nein. Er würde gut, wenn du rechts neben deinen Online-Shop da passt. Mit der ins Auge springt. Ich bin dir echt voll in die Fresse, ey. Ja, gehen nicht anders. Die haben nichts kleineres. Die Links von denen kann ich nicht nehmen, also muss ich mir was eigenes zusammenbasteln. Echt? Andere haben da auch unten so einen größeren Payfall-Ding da drauf. Ja, nicht Payfall. Ich meinte ja jetzt den Link von dem Sponsor. Achso, der ist okay. Der ist so da rein. Der ist aber ziemlich groß halt, weißt du. Ja. Soll ja auch ins Auge stechen, sowas. Das ist sowas ja nicht machen. Was hier wirklich? Ja, und das Payfall-Ding muss ja nicht ganz so groß sein, fand ich. Ja, aber ich persönlich fand's jetzt etwas klein. Ich hab's jetzt die ganze Zeit gesucht und nicht gefunden, weil das Spenden haben. Ich hab's irgendwie überlesen. Ja, aber so viele klicken da ja eh nicht drauf, also von daher. Ja, ist schon richtig. Wenn du mal so 2.000, 3.000 Viewer hast, dann musst du doch ein bisschen größer. Ja, glaube ich auch. Also in vier Jahren. Die Fehlernartillerie hat uns spottet. Ne, ich brauchte ein paar mehr Zusehen, aber dann könnte ich da auch einen Subscriber-Button und so. Aber das dauert ja alles, Alter. Da brauchst du 300 Stück und so eine ganze Gedönsel-Kacke. Weil dann hast du da ein bisschen was von, wenn du wenigstens, äh, dann kriegst du da alleine 2,50 Euro von Twits oder so im Monat und dann ist gut, weißt du? Wenn du... Ich weiß nicht. Weil die ja dann irgendwie 5 Dollar an die bezahlen oder so. Ja, zum Abschluss noch ne ordentliche Runde. Warum hab ich denn jetzt, äh, 122.000 gekriegt, Alter, was geht ab? Ich hab die 5.000 Damage geknackt. Oh, und das sogar doppelt. Ich hab zweimal das Event geschafft. Ja gut, du hast ja jetzt auch knapp 6.000 Damage ausgeteilt und wenn du bei dem ersten Mal dann kurz vor Ende schon warst, dann passt das.